Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es keinen Jahresrückblick, heute möchte ich einfach nur Dankeschön sagen und zwar Dankeschön für deine Unterstützung in diesem Jahr, Dankeschön für deinen Support, für deine Rückmeldungen, für deine Likes, für dein Abonnement an diesem Kanal. Das hat mir sehr geholfen bis lang und ich freue mich, dass ihr mir fleißig zurückschreibt, was ihr euch wünscht für die nächsten Videos, wie ihr die Kamera findet, die ich vorgestellt habe, welches Objektiv ihr kaufen würdet. Also hier gibt es so viel, was ihr mit mir besprecht und ich freue mich jedes Mal, dass ich mit euch hier was Tolles, Gutes, Großes kreieren kann über diesen Kanal. Wenn du Ideen und Anmerkungen für 2021 hast, was diesen Kanal angeht, dann schreib mir unbedingt eine Nachricht und in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen guten Start im neuen Jahr und passt auf euch alle auf. Tschüss! 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 Vielen Dank.